Die elf billigsten Urlaubsländer für 2023 Aufgrund der Fülle an erreichbaren Orten auf der ganzen Welt ist das Reisen mit einem schmalen Budget durchaus denkbar. Man könnte glauben, dass sich Reisen in die billigsten Länder nicht lohnen. Das Gegenteil ist der Fall. Egal auf welchem Kontinent, es gibt erschwingliche Orte, die einzigartige Erlebnisse bieten. Selbst in Ländern, die von Vielreisenden als teuer angesehen werden, gibt es erschwingliche Angebote, wenn man weiß, wo man suchen muss. Bei den meisten dieser Reiseziele müssen Reisende über den Tellerrand schauen und gleichzeitig Geld sparen, um einen wertvollen und angenehmen Urlaub zu verbringen. Beliebte, unterschätzte und preiswerte Reiseziele ermöglichen es Touristen, Einheimische zu treffen, die lokale Küche zu genießen und das Beste aus seinem Geld zu machen. Um den Erfolg der Reise zu gewährleisten, solltest du deinen Flug so früh wie möglich buchen, um die besten Preise zu erhalten. Auch die Unterkunft ist wichtig und sollte im Woraus reserviert werden, zum Beispiel in einem Gästehaus, einer Jugendherberge oder einem preisgünstigen Hotel. Und schließlich solltest du eine Reiseversicherung abschließen, um dich gegen Diebstahl, Stornierung, Krankheit und Verletzungen zu schützen. Wenn du mit einem kleinen Budget reisen willst und dich nicht für die billigsten Länder entscheiden möchtest, findest du im Folgenden einige Orte, die du in die Auswahl einbeziehen solltest. Rumänien, faszinierend und unterhaltsam Wenn du eine Reise machen willst, die nicht alltäglich ist, dann ist Rumänien der richtige Ort für dich. Das Land ist bekannt für seine freundlichen Menschen, seine mittelalterliche Geschichte und seine unverwechselbare Kultur. Seine charmanten Städte ziehen viele preisbewusste Touristen an, die im Urlaub etwas entdecken und Spaß haben wollen. Eine der besten Möglichkeiten, Zeit in Rumänien zu verbringen, ohne viel Geld auszugeben, ist die Buchung einer kostenlosen Wandertour. Bei diesen Touren schlendert man durch mittelalterliche Dörfer, Schlösser oder verschiedene historische Städten, die kostenlos besucht werden können. In lokalen Parks zu entspannen, ist eine gute Möglichkeit, die Natur zu genießen und mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Neben den Dracula-Themen-Schlössern und der Burg Corvin stehen den Besuchern in Rumänien auch günstige Unterkunftsmöglichkeiten wie Jugendherbergen zur Verfügung. Die Herbergen sind in sich abgeschlossen und einige bieten Mahlzeiten als Teil des Pakets für weniger als 22 Euro pro Nacht an. Günstige Hotels sind ebenfalls verfügbar, müssen aber frühzeitig gebucht werden, um die besten Preise in guten Lagen innerhalb der Städte oder in deren Randgebieten zu bekommen. Der Transport innerhalb der Städte und Ortschaften ist recht zuverlässig, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Die Fahrpreise für kurze und lange Strecken sind erschwinglich, sodass es möglich ist, das Land für kurze oder längere Zeit zu erkunden. Preisbewusste Reisende geben für einen Besuch in Rumänien etwa 35 bis 45 Euro pro Tag aus. Spaß in den baltischen Ländern Reisende, die den nordöstlichen Teil Europas erkunden möchten, sollten Estland, Lettland und Litauen besuchen. Die baltischen Staaten bieten Besuchern, die sich für die europäische Geschichte und Kultur interessieren, ein breites Spektrum an Attraktionen. Besucher können die Städte und umliegenden Orte erkunden, um ein tieferes Verständnis für die Regionen und die Menschen zu gewinnen. Egal, ob man alle drei Länder oder nur ein paar davon besucht, man wird eine fantastische Zeit haben, auch mit einem schmalen Budget. Estland kann ein kostengünstiges Reiseziel sein. Es mag dich überraschen, dass Estland auf unserer Liste der günstigsten Reiseländer steht, wenn du nach den günstigsten Reisezielen suchst. Aber, ja, Estland ist auch erschwinglich. Estland ist zu mehr als 50 Prozent bewaldet und damit das perfekte Reiseziel für Naturliebhaber. Der baltische Staat beherbergt auch zahlreiche Seen und schöne Strände, die Touristen aus aller Welt anziehen. In der Hauptstadt Tallinn gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, von denen die Altstadt, die zahlreichen Museen und der 314 Meter hohe Fernsehturm die am beliebtesten sind. Touristen können in Estland eine Vielzahl von Aktivitäten wie Wandern, Kanuforen, Vogelbeobachtung und den Besuch von Nationalparks genießen. Die Outdoor-Aktivitäten können zu erschwinglichen Preisen und manchmal sogar kostenlos durchgeführt werden. Fahrertouren und Wanderungen machen Spaß und senken die Transportkosten für Reisende. Die Unterkünfte in Tallinn sind preisgünstig, aber man sollte frühzeitig reservieren, um Enttäuschungen zu vermeiden. In einigen Gasthäusern ist eine Mahlzeit, zum Beispiel das Frühstück, Teil des Pauschalangebots für preisbewusste Reisende. Besucher können die Züge benutzen, die innerhalb der Stadt verkehren, aber auch andere strecken. Die Preise für Zugfahrten liegen zwischen 3 und 15 Euro für den ganzen Tag. Lettland genießen, ein Besuch muss nicht teuer sein Lettlands Landschaft ist vielfältig, mit dichten Wäldern, weiten Stränden, Seen und Flüssen. Es ist ein Naturparadies, das im Winter besonders schön ist, wenn die Landschaft mit Schnee bedeckt ist. Auch der Herbst ist ideal, um mit dem Kanu auf Flüssen zu fahren und dabei die Bäume mit ihren wechselnden Farben zu bewundern. Ein Spaziergang durch die Wälder ist eine gute Möglichkeit, einen Urlaubstag an der frischen Luft zu verbringen. Wenn du das Stadtleben vorziehst, findest du in der Hauptstadt Riga mehrere Sehenswürdigkeiten wie die Peterskirche und Museen, die preiswert sind. In der Stadt gibt es auch Holz- und Kunstobjekte sowie einen sehenswerten Zentralmarkt. In Lettland ist es möglich, preiswert zu übernachten, denn die Unterkünfte kosten weniger als 30 Euro pro Tag, einschließlich Frühstück. Züge, die die Stadt durchqueren und Verbindungen zu anderen lettischen Städten herstellen, kosten zwischen 5 und 15 Euro für Touristen, die sich kostengünstig in Lettland fortbewegen möchten. Trotz seiner geringen Größe hat Litauen für preisbewusste Reisende eine Menge zu bieten. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in Vilnius, der Hauptstadt, und sind ideal für einen Kurzbesuch. Viele Touristen finden die Stadt reizvoll, und es gibt mehrere Sehenswürdigkeiten, die ihre Reise unvergesslich machen können. Die Altstadt von Vilnius mit ihrer gut erhaltenen Barockarchitektur und die Sankt-Annenkirche mit ihrem gotischen Thema sind zwei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Sehenswürdigkeiten können zu Fuß erkundet werden, was Kosten spart. Vietnam hat alles Vietnam hat viele faszinierende Sehenswürdigkeiten, die jedes Jahr Tausende von Besuchern anziehen. Zu den vielen Attraktionen gehören Museen, historische Städten und Strände. Reisende mit kleinem Geldbeutel haben die Möglichkeit, das Land zu erkunden, ohne die Bank zu sprengen. Die meisten Museen, wie zum Beispiel das Varam Nans Museum, sind für Touristen zu erschwinglichen Preisen zugänglich und ermöglichen es den Besuchern, mehr über Vietnam zu lernen. Straßenessen ist in Vietnam billig und gesund, eine komplette Mahlzeit kostet knapp unter zwei europäisch. Touristen können auch in ihren Unterkünften essen, zu denen in der Regel Unterkünfte und günstige Hotels außerhalb von Hanoi gehören. Die günstigen Mahlzeiten und Unterkünfte machen Vietnam zu einem der preiswertesten Länder Asiens. Auch die Transportmöglichkeiten sind vielfältig, wobei Motorräder und Busse die günstigsten Fortbewegungsmittel sind. Die meisten Touristen können Fahrräder für 15 Euro oder weniger mieten, je nachdem, wie geschickt man verhandelt. Mexiko ist ein Muss Mexiko hat Touristen, die das Land mit einem geringen Budget erkunden möchten, eine Menge zu bieten. Das Land bietet Besuchern vielfältige Abenteuer, bei denen sie die einzigartige Kultur, Küche und Natur Mexikos kennenlernen können. Für 40 Euro pro Tag oder weniger können Besucher beliebte Orte wie die Majaruinen, historische Gebäude und Lebensmittelmärkte besuchen. Einige dieser Orte können zu erschwinglichen Preisen besucht werden, vor allem, wenn die Touristenzoll gering ist. Auch die Strände sind kostenlos zugänglich, sodass die Besucher die schöne Landschaft und das warme Wetter genießen können, während sie sich am Wasser entspannen. Speisen wie Tacos, Tortillas und Quesadillas werden auf der Straße verkauft, was ihnen die Möglichkeit gibt, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen und köstliche mexikanische Lebensmittel zu essen. Günstige Unterkünfte in Mexiko gibt es in Pensionen, Gästehäusern und Hotels außerhalb der Stadt. Für 15 Euro erhältst du ein Zimmer und ein kostenloses Frühstück für die Dauer deines Aufenthalts. Wenn möglich, sollte man ein Zimmer vor der Abreise buchen, um die günstigsten Preise zu bekommen. Öffentliche Verkehrsmittel sind die günstigste Art, sich fortzubewegen, Busse und Züge sind zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Wer als Gruppe reist und die Transportkosten teilen möchte, um Geld zu sparen, kann auch ein Auto mieten. Kulturelle Unterhaltung in der preiswerten Türkei erleben Die Türkei ist eines der günstigsten Länder, die man besuchen kann, je nachdem, wie gut man das Land kennt. Die Türkei hat einige der schönsten Strände, spektakuläre Attraktionen und fabelhaftes Essen zu bieten. Wenn man mit einem kleinen Budget reist, kann man beliebte Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Städten besuchen, wie Istanbul mit der Blauen Moschee, Pamukkale mit dem wunderschönen Travertin und, nicht zu vergessen, Kapadukin. Diese Attraktionen sind zu günstigen Preisen zugänglich und bieten einen seltenen Anblick. Traumhafte Strände an der türkisfarbenen Küste mit atemberaubenden Kulissen sind ebenfalls ein Muss für preisbewusste Reisende, die dort schwimmen und sich am Ufer entspannen können. Hotels und Imbissboden entlang der Küste bieten den Besuchern köstliche türkische Gerichte zu erschwinglichen Preisen. Um bei der Unterbringung Geld zu sparen, sollte man sein Hotel oder seine Pension im Wohaus buchen, um die besten Preise zu erhalten. Die Hotels in der Stadt können etwas teurer sein, bieten aber einen guten Service und Sicherheit für ihre Gäste. Die beste Transportmöglichkeit sind Busse, die sehr zuverlässig, bequem und preiswert sind. Egal, ob man innerhalb der Stadt oder zwischen den Städten unterwegs ist, das Bussystem bietet den Reisenden einen hochwertigen Service. Außerdem bieten die Haltestellen entlang der Strecke den Besuchern die Möglichkeit, die türkische Landschaft und die Menschen vor Ort kennenzulernen. Entdecke Kambodscha mit 35 Euro pro Tag Kambodscha ist ein wunderschönes Land mit vielen Attraktionen, die man mit nur 35 Euro pro Tag erkunden kann. Es ist ein ideales Reiseziel für Reisende, die unvergessliche Ausblicke genießen und einzigartige religiöse Monomente erkunden möchten. Sehenswürdigkeiten wie Angkor Wat, Phnom Penh und die Kardamom-Berge sind ein Muss für jeden Kambodscha-Besucher. Alternativ können Strandliebhaber Zeit auf Koh-Rong-Samloem verbringen, einer tropischen Insel mit einsamen, unberührten Stränden. Wenn Sie billig reisen, können Sie sich diese Attraktionen mit der richtigen Planung im Woraus leisten. Ein Besuch in der Nebensaison garantiert günstige Preise für preisbewusste Reisende. Essen und Unterkunft sind erschwinglich, da Straßenverkäufer am Straßenrand günstige Mahlzeiten anbieten. Reisende können sich entscheiden, ob sie vor Ort für 2 Euro essen wollen oder ob sie das Essen von der Straße mitnehmen wollen, um die Kosten für die Verpflegung unterwegs zu senken. Hostels und Boutique-Hotels bieten hervorragende Unterkünfte für Reisende mit kleinem Budget. Am günstigsten sind die Herbergen, von denen einige nur 4 Euro für ein Zimmer pro Nacht verlangen. Um sich fortzubewegen, können Besucher Busse und Tuk-Tuk innerhalb der Hauptstadt Phnom Penh oder in anderen Teilen des Landes benutzen. Wenn du zu den Abenteurern gehörst, kannst du dir ein Motorrad für etwa 15 Euro oder weniger mieten, je nachdem, wie gut du verhandeln kannst. Die Philippinen Die Philippinen sind eines der günstigsten Reiseländer für Reisende mit kleinem Budget und Plan. Sie beherbergen zahlreiche versteckte Juwelen, darunter wunderschöne Inseln und atemberaubende Tauchplätze, die jedes Jahr von Tausenden von Touristen besucht werden. Für Reisende, die auf den Philippinen mehr für ihr Geld bekommen möchten, empfiehlt es sich, in der Neben- und Zwischenseisung zu reisen. Buche deine Flüge frühzeitig und bezahle deine Unterkunft schon Monate im Woraus. Für 35 Euro oder weniger pro Tag kann man auf den Philippinen eine Menge erleben. Zu den unterhaltsamen Aktivitäten auf den Philippinen gehören Strandbesuche zum Tauchen, Schnorcheln oder um sich beim Schwimmen abzukühlen. Diese Aktivitäten sind kostenlos, abgesehen von der Leihgebühr für die Schnorchelausrüstung in Höhe von 5 Euro pro Tauchgang. Auch die Mahlzeiten sind erschwinglich. Verschiedene Speisen werden von Straßenhändlern für einen Euro oder etwas mehr verkauft, wenn sie mit einem Getränk serviert werden. Günstige Unterkünfte gibt es zwar nicht in Hülle und Fülle, aber Buschpackerherbergen und Gästehäuser sind für weniger als 20 Euro pro Nacht zu haben. In einigen Fällen ist das Frühstück Teil des Unterkunftspakets. Um von einer Insel zur anderen zu gelangen, nimmt man am besten den Bus oder die Fähre, wenn man auf seiner Reise Geld sparen will. Günstig Essen und Feiern in Kuba Essen und Feiern in Kuba, einem der günstigsten Reiseziele Lateinamerikas. Das Land ist eine historische Fundgrube, in der die Überreste der Revolution in den verschiedenen Waffenausstellungen des Museums zu sehen sind. In der Altstadt von Havanna mit ihren barocken Gebäugen und Palästen können Touristen eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Auch Cadillacs sieht man hier häufig vorbeifahren, was die Stadt zu einem idealen Ziel für preisbewusste Reisende macht. Für 30 Euro pro Tag erhalten Besucher in Kuba und Umgebung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man als Familie reist, kann man bei den Hotelzimmern Geld sparen. Die gemeinsame Nutzung von Zimmern ist in Pensionen, Herbergen und preiswerten Hotels erlaubt, sodass man Geld sparen kann. Gruppenreisen sind in Kuba viel billiger als Einzelreisen und die beste Möglichkeit, Kuba mit einem geringen Budget zu erkunden. Zu den Mahlzeiten können Besucher zwischen Restaurants, Fastfood-Lokalen und Straßenessen wählen, wobei die traditionellen Mahlzeiten von Straßenhändlern für 7 bis 10 Euro zum Mittag- oder Abendessen angeboten werden. Das Verkehrsnetz in Havanna besteht hauptsächlich aus Taxis, zum Beispiel den gelben Taxis der Regierung, den Coco-Taxis – Coco steht für Kokosnuss, bei denen es sich um überdachte Motorräder handelt – und Fahrer-Taxis, die an Rikschas erinnern. Es gibt auch Sammeltaxis, die in Havanna, der Hauptstadt Kubas, am günstigsten sind. Die Sammeltaxis befördern bis zu sechs Personen und setzen sie an verschiedenen Stationen auf dem Weg ab. Sie können bis zu 10 Euro pro Fahrt kosten. Marokko für Rucksack-Touristen Marokko bietet Rucksack-Touristen, preisbewussten Reisenden und Reisenden auf privaten Touren ein intensives Erlebnis. Marokko hat Touristen mit kleinem Budget viel zu bieten, die dennoch eine authentische Erfahrung in dem nordafrikanischen Land machen möchten. Reisende können kostenlos verschiedene beliebte Orte wie Marrakesch erkunden, auf den blauen Straßen von Chefs schauen, spazieren gehen und die Altstadt von Vez entdecken. Reisenden mit kleinem Budget stehen viele Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, minimale Beträge auszugeben. Am besten sind Schlafsäle, die je nach Ort zwischen 8 und 12 Euro pro Nacht kosten. Alternativ können Sie auch günstige Hotels für 16 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer buchen. Bei einigen Unterkünften ist eine kostenlose Mahlzeit im Preis inbegriffen, aber das ist nicht garantiert. Dennoch gibt es in Marokko viele preiswerte Lebensmittel, die an Marktständen verkauft werden, zum Beispiel Tailline für 4 Euro, die man mit einem Minztee für weniger als einen Euro herunterspülen kann. Für den Transport empfiehlt es sich, Busse oder Taxis zu benutzen, die je nach Zielort 10 Euro pro Fahrt kosten. Das schöne Thailand Thailand ist eines der exotischsten Reiseziele in Asien, das jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt anzieht. Ein Besuch in Thailand steht auf der Liste vieler Budgetreisenden, die mit wenig Geld viel erleben möchten. Glücklicherweise hat der nördliche Teil des Landes für Reisende mit kleinem Budget viel zu bieten, sodass sie berühmte Orte wie Chiang Mai besuchen können. Die Attraktionen der Region, wie der Weiße Tempel, sind erschwinglich, und eine Reihe von ihnen ist für die Öffentlichkeit zu erschwinglichen Preisen zugänglich. Zurzeit kann man sich 45 Tage ohne Visum in Thailand aufhalten und das wunderbare Wetter, die netten Menschen und das leckere Essen genießen. Mit weniger als 35 Euro inklusive Hotel je Person kommst du zum Beispiel auf Phuket gut über die Runden.